Grüß dich! Mexiko wird im Jahre 2018 Partnerland auf der Hannover-Messe-Industrie sein. Eine, ich finde, sehr weise und zukunftsweise Entscheidung der Deutschen Messe-AG, um ein Land zu präsentieren, das im Laufe der letzten Jahre sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat unter deutschen Unternehmen, die sich zunehmend in Mexiko angesiedelt haben. Die Zahl der Unternehmen hat im Laufe der letzten 17 Jahre um 70 Prozent zugenommen. Mexiko hat sich im internationalen Kontext aus einem der wesentlichen Zentren der verarbeitenden Industrie entwickelt. Und da gibt es eine durchaus vergleichbare Struktur, auch mit der deutschen Wirtschaft, die eben sehr stark auf industrielle Produkte setzt und auf den Export. Somit hat Mexiko einen besonderen Stellenwert erhalten im Laufe der letzten Jahre als Standort, aber auch als Zielmarkt für deutsche Exporteure. Mexiko ist mit Abstand das bedeutendste Empfängerland deutscher Exporte in Lateinamerika, deutlich vor Brasilien, selbst vor Indien und Kanada. Und hat sich mittlerweile immer weiter hervorgearbeitet in der Hitparade der Empfängerländer deutscher Exporte. Auch das ist ein Ausweis der neuen und besonderen Bedeutung, die in den letzten Jahren deutlich zugegeben hat. Vielen Dank. Vielen Dank.